Was ist los, Toller? Ich bin raus. Das hier ist mein letzter Job. Hab ich dich denn nicht gut behandelt? Doch, besser als jeden anderen. Hast du keinen Bock mehr auf die Cola? Ach nein, es ist das schmutzige Geld, das du nicht magst. In zwei Monaten bin ich draußen. Lopez beklaut mich. Was willst du? Das Geld von den Japanern. Und was willst du mit der Axt? Ein Bonsai stutzen? Ja, ein Bonsai. Ich besag's wieder! Ich hab dir im Gefängnis gesagt, du sollst mich zufrieden lassen und du kommst zu mir nach Hause? Sie haben die Kleine. Es sind seine Schulden. Ja, aber er ist mein Bruder. Tja, Spanien. Das Land der schlechten Brüder. Die Kleine oder er. Scheiße, worauf hast du dich da eingelassen, Tordog? Du Arschloch! Nein! Ne? Du seid ja. Vielen Dank.